Hallo ihr Lieben, ich bin Clarissa und stehe gerade vor dem Hauptgebäude der RWTH Aachen. Und seit wann dieses Gebäude da steht und wann es so schön verpackt wurde, das verrate ich euch unter anderem in dem neuen Film der RWTH Aachen zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Stück Zukunft, Teil 2, so heißt es, und gibt es bald auf dem YouTube-Channel.